Ein Gemeindebau im 11. Wiener Gemeindebezirk. Hier lebt Michel. Der Pensionist hat sich eine peppige Freizeitbeschäftigung gesucht und betreibt von seiner Wohnung aus das Gemeindebau-Internetradio, in dem er täglich moderiert und bis zu 200 Hörer beglückt. Sprechprobe 1 zu. Ja, funktioniert. Eine Bekannte, die mit mir gespielt hat, hat mir eben gesagt, wir können eigentlich Musik auch huren während des Spielen. Und hat mich dann eben auf dem Radiosender, wo ich fast über dreieinhalb Jahre gesendet habe, mich dort hingeloggt. Hat mir den Link gegeben, ich habe mich dort eingeloggt und seit dem Tag habe ich dort Musik gehört. Nach 14 Tagen hat mir das eigentlich gefallen, wie die Moderatoren das rüberbringen. Und da haben wir gedacht, was die können, kann ich auch. Sprechprobe 1 zu, 1 zu. Ich hoffe, ihr hört mich alle. Okay, passt. Sprechprobe ist in Ordnung. Das technische Wissen, um als Radiomoderator nicht nur verbal zu brillieren, hat sich Michel selbst beigebracht. Ein paar Knöpferl werden gedreht und schon geht der Pensionist auf Sendung. Ja, liebe Freunde, ich melde mich hier aus Wien. Ich freue mich, bei euch zu sein und wünsche euch natürlich eine gute Unterhaltung hier in meiner Sondersendung aus Wien. Freunde, viel Spaß. Wir werden sich dann wieder melden und ich wünsche euch eine gute Unterhaltung mit meiner Musik. Du wirst süchtig, ja. Das ist eine Sucht. Das Moderieren, den anderen eine Freude machen mit einer Musik, selber Musik hören und so. Das ist eine Sucht. Und dann habe ich mich entschlossen, ich mache mir selber ein Radio auf. Und dann habe ich eben den Weißen Adler gegründet. Die Saragossa-Band mit einem Hit-Medley. So, das dauert 21 Minuten. Da habe ich Zeit, mir wieder einen Kaffee zu machen. Und eine Pinkelpause. Aus dem Wasser lassen wird aber nichts. Freund Ernstl kommt auf Besuch. Er ist ein ehemaliger Arbeitskollege und Radio-Fan, wenn auch nicht immer mit Michels Musikauswahl einverstanden. Der hat halt die Bauernmusik mehr, die ich weniger lieb. Ich habe gerne Rock'n'Roll, ich habe gerne Mädels und Bilele, so wie er schon einmal gesagt hat. Ich kann nicht immer das spielen, was du dir vorstellst. Ich muss schon nach die Hörer hingehen. Ja, das ist schon klar. Wenn du drinnen spürst, dann spürst du eh deine Musik. Ja, super. Da geht es immer bumm-bumm und Liebe da und Liebe da. Nein, das brauche ich nicht. So, meine lieben Freunde, ich werde mich jetzt von euch verabschieden. Denn ich muss hier alles abbauen und rüber in den 16. Wiener Gemeindebezirk. Ich werde mich dann aus der Kopfstraße, aus dem Lokal vom Korrekt melden. Ich verabschiede mich von den Gästen im HG, alle, die draußen lauschen. Tschüss, Papa, Pfirteich. Schöne Stunden jetzt mit der Mona. Immer wieder packt Michel sein gesamtes Radio-Equipment zusammen und verlagert sein Studio für eine Außensendung in ein Lokal. Seine Erdgeschosswohnung ist dabei praktisch. Da schaue ich immer über den Parkplatz, genau vor dem Fenster, und dann haut das hin, so wie jetzt. Sag mal, wie lange hast du gebraucht? Du bist ja wie in einer Schnecke gewesen. Ich bin eh schon da, was willst du denn? Das ist aber Wahnsinn. Auch mich hetzt zuerst und jetzt schlägst du nicht oben an. Hast du schon alles hergekriegt? Na, ich schon. Brav. So. Aber lass nicht fallen, gell. Ich hab das schon so oft hin und her gekriegt. Ja, ich glaube, der He. So, gut. Okay, wir werden starten. Ja. Gut. Mach zu, das Fenster, das wirst du kennen, nicht, oder? Michel und Ernstl haben den heutigen Sendeort erreicht. Ein Kaffeehaus in der Wiener Koppstraße. Michel ist hier kein Unbekannter und begrüßt seine Treuenhörer, bevor er mit dem Aufbau seines Studios beginnt. Er war schon öfters hier als Moderator. Ja, wir haben das eigentlich wegen dem gemacht. Wir haben früher so viele Zetteste gehabt und wenn ein Festl war, dann hab ich immer aufgelegt. Also es hat keiner von mir was gehabt oder von ihr. Darum haben wir gesagt, aus, wir machen das. Das ist ja ein Wahnsinn. Mürrisch und etwas unbeholfen schleppt Ernstl das Equipment ins Lokal. Aufbauen kann sich's Michel dann alleine. Nun beginnt schweißtreibende Arbeit für den Spezialisten. Kabel entwehren und alles richtig anstecken. Das Live-Radio-Publikum wartet geduldig, bis Michel soweit ist. Sie wissen ja, es lohnt sich. Und eine Wünsche hast du und der weiß ja gleich, dass er das ja ein Spezialist, der findet alles. Und dann fahrst du dir wieder 40 Jahre zurück, dann bist du wieder selber jung und die sind die Schöne dran. Eine Minute später ist Michel schon on air und begeistert sein heiteres Publikum mit seiner Musik. Freunde, ich freu mich, dass ich da beim Franz, beim Korrekt im Lokal bin und wieder einmal eine Sondersendung starten darf. Und ich wünsch euch dazu natürlich viel Spaß und eine gute Unterhaltung. Man ist natürlich immer bei so Sondersendungen, bin ich schon ein bisschen aufgeregt. Ich moderiere schon dreieinhalb Jahre, das ist das vierte Jahr jetzt, aber es ist immer wieder, bei jeder Sendung ist ein bisschen Spannung und ein bisschen Nervosität vorhanden, das ist ganz klar. Ernstl ist von Michels Musikauswahl heute ausnahmsweise einmal begeistert. Dennoch, Ernstl würde zu gerne auch einmal selbst ans Mikrofon und eine Sondersendung moderieren. Michi, ich möchte auch ein Moderator werden. Warum wachsen? Der ist mir helfen dabei. Ja, sicher hilf ich da. Ja, der Ernstl hat sich entschlossen, Moderator zu werden und ich werde ihm natürlich beistehen, wo ich nur kann und werde ihm auch helfen. Ich bin mir sicher, in kurzer Zeit, es ist ja nicht schwer, bitte. Ich meine, einen Musiktitel auch zu sagen und ein bisschen ein Schmäh haben, das hat er eh. Er ist eh ein lustiger Typ. Und ja, die Leute wollen solche Modis auch. Ich möchte ein Moderator werden, weil ich die Musik liebe und ich möchte gern die Zuhörer eine Freude machen. Fangst du klar an? Ja. Kommst groß raus. Ernstlich willkommen im Team. Dankeschön. Ich komme her. Michi, ich muss schon einen kleinen Kopf bewahren. Ich trinke, ja, vielleicht ein, zwei Bier oder das war's dann. Inzwischen ist Ernstl von der Aussicht beseelt, vielleicht auch einmal Moderator zu werden und startet eine kleine Umfrage. Was hörst du gern, musikmäßig? Bist du ein Österreicher? Nein, ich bin keiner. So, das war der Gästewunsch von... Dann hörst du meine Aussprache, nicht? Nein, aber rot, rot, rot. Ich hab das Gefühl, dass du kein Österreicher bist. Geht's ruhig aufnehmen, das Ding. Was? Ich hab das Gefühl, dass du gar nichts bist. Du nicht streit mit mir, du nicht. Ich hab das Gefühl, dass du gar nichts bist. Nein, ich geh jetzt. Ich hab ein paar paar Freunde. Ich bin ein Österreicher. Ich hab ein paar Freunde. Komm, sieh doch, komm. Ach so, ich soll ja auch. Ich hab ein paar. Welche Worte soll ich auch schicken? Du kannst doch nicht schreien mit ihr. Du hast doch einen Bäcker oder was. Na, wieso soll ich nicht mit dir schreien? Weil du kein... Na, warum? Du bist ein Bäm oder sonst. Ich hab ein Bäm oder sonst. Na gut, jetzt sag mal, Hans, findest du das Ganze normal? Ich hab sie nur gefragt, was sie will. Ja. Warum kann ich sagen, ich bin ein Bäm? Ich bin auch ein gewaschener Wiener. Ich meine, wenn man das nicht... Ich stelle dir einmal vor, der alte Mann. Das ist der ärmste Hund. Nein, was? Ich hab gesagt, die hat doch kein Benehmen. Was sagst du da? Warte. Rechtfertig dir einmal eines. Glaubst du, ich bin ein Trottel oder was? Jetzt brauch ich Musik, dass es wieder aufbauen wird. Leicht säuerlich klagt Ernstl Michl sein Leid. Gerade noch war er so motiviert und jetzt das. Jetzt. Ja, ist der Oger, reiß dich wieder an. Okay, kreien Sie die da. Vielleicht greif ich auch nicht mehr an. Ja, für erst einmal. Ich mach das nicht, das wird mir auslabel. Und eins will ich mir sicherlich sicher, aus Moderator passiert mir das nicht. Weil dann schmeiß ich das raus und grüß Gott. Jetzt hab ich nicht eine Not, wenn ich mein Alter so eine Frage herstellen muss. Ernstl will auch Moderator in Michls Radiosender werden. Und Michel hat versprochen, ihn dabei zu unterstützen. Als erstes braucht Ernstl gutes Equipment, mit dem er üben kann. Dafür gehen die beiden in ein Musikgeschäft. Eigentlich mit dem Plan, ein Mikrofon zu kaufen. Das funktioniert ja nicht. Du kannst ja nicht ausprobieren. Jetzt kommt bestimmt der Flo Walzer. Ja. Genau. Und falsch. Hoppala. Der ist überall neugierig, ja. Alles wieder ausprobieren, alles wieder sehen. Immer wieder stillen ameinander. Manchmal hab ich schon wirklich Probleme mit ihm. Bogen auch? Mit den Händen, ne? Ja. Mit den Händen, gell? Also mit dem Bogen. Locker lassen. Ja, aber mit dem Bogen kann ich ja 10 putzen, normal. Ja. Was hast du denn für 10? Der Ernstl selber, ein Instrument. Soviel weiß. Nein. Ich glaub, er kann nicht einmal pfeifen. Das tut mir nur ganz leicht. Ganz langsam. Aber wenn ich fester Druck, was ist dann? Ja, dann hat sie sich, sag ich, jetzt gerade. Aber nicht nur die Seiteninstrumente probiert Ernstl aus, auch jene Instrumente, die nicht auf der Saiten stehen, sondern in der Mitte, in einem schalldichten Raum. Was ist? Du machst wenigstens die Tür zu. Du hast doch die Druck. Du musst da reinkommen, du magst zu. Dann lass mich noch mal probieren. Ja, was willst du tun? Warte einmal. Das kannst du ja raus reinzuhalten. Warte einmal. Was machst du denn so? Der ist wieder ein bisschen hektiker. Der sagt, geh mal gleich dort hin, dort ist aber gleich wieder gegangen. Und das bin ich halt nicht. Ich möchte mir das auch schon in der R&D. Wir probieren den Kopfhörer der Turten und dann da. Das sag ich maus oder auch. Die maus und so kaufe ich nicht. Endlich erreichen die beiden die Abteilung, in der sie hoffentlich das bekommen, was sie brauchen. Dann brauchen sie einfach noch ein kurzes X-Lehrkabel. Aber das krieg ich ja, wenn wir sonst noch zwei. Na geh her. Krieg ich überhaupt nix umsonst. Nix umsonst? Aufsutage. Aber 5% billiger. Also der Ernstl ist immer schon ein Fälscher gewesen. Also egal wo. Ich glaub, er hat sogar bei einem Mittagessen einige Prozente, wenn er zum Vierten gehört. Ja schon, ich mein, da muss schon ein bisschen was drin sein. Ich mein, ich geh für den Flohmarkt auch und schau mir das und das an. ist immer ein bisschen was ist überall drin. Wenn du nix magst, dann klar, der gibt dir das hin und sagt, jetzt komm was dann raus. Michel und Ernstl haben endlich ein günstiges Mikro für den angehenden Radiomoderator ergattert. Nun kann in Michels Wohnzimmerstudio die Ausbildung beginnen. Ernstl darf gleich einmal einen Trockenversuch starten. So, ich begrüße euch ganz herzlich in Rad im Weißen Adler und wünsche euch eine gute Unterhaltung. Ich begrüße einmal die Gäste im HG, alle die draußen lauschen. Gute Unterhaltungen, schönen Abend. Ich sende aus dem, äh, was weiß ich, Sendestudio Radpallab, Schallerbach oder was wie das heißt oder was du willst. Weiß ich. Ich sende hier aus Bad Erlach, eine wunderschöne Stadt. Okay, Ernstl, stopp, mach einmal die Musik aus. Wo mach ich die aus? Na, mach einmal, nein, oben ein Stück, ein Bläher, da, 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 da gehst du auf den Stuf. Stopp, genau, so, pass auf. Äh, du musst einmal, wir müssen einmal jetzt schauen, dass die Begrüßung mich hat. Ich will, dass man das korrekt sagt, so und so und so. Einmal entschärfen und dann, wenn man zu scharf wird, fährt ihm schon drüber. Ich bin nicht streng, aber ich will halt haben, dass, äh, äh, ein guter Modi wird. Ich mein, er wird eh von alleine nicht gut dann, ja, mit der Zeit. Aber so wird er es am Anfang, wie ich es ihm zeig und lerne, so, so, gewöhnt er sich dann auch an. Das geht dir heut auf dem Monat. Darum sage ich das ja. Ja. Darum üben wir es ja. Ja. Dann, dann sagst du ja, und nach einer Woche, jetzt begrüße ich die Hörer hier im Chat. Ja, hallo, grüß dich so und so. Ein Knutscherl zu dir. Zu den Männern sage ich ja, die Pfeife zu dir. Gute Unterhaltung und so. Ja, genau. Ich begrüße auch, ich begrüße euch auch die Ju 47. Eine gute Unterhaltung wünsche ich dir. Die Haribo, eine gute Unterhaltung. Die Lady, eine Knutscherl. Auch eine gute Unterhaltung. Und in HG auch. Eine gute Unterhaltung. Ich hoffe, ich kann euch mit meiner Musik eine Freude machen. Ja, genau. Siehst du, ja, Dialekt, natürlich. So ist Leiband. So passt schon. Du wirst schon. Trotz Versprecher in jedem zweiten Wort scheint Michel fürs Erste zufrieden. Nächster Punkt, er jagt Ernstl auf die offene Straße, um Passanten zu interviewen. Du wirst schon hören, Ernstl. Das gehört ja runter. Das ist ja nur für den Tisch. So stehen. Und Gottes Willen. Ja, da hat man sich raufgeschraubt. Bitte stell dich nicht so aus. So, jetzt. Haben wir schon gehört, was von Radim Weißer Adler? Ruhig musst du zu behalten. Nein. Noch nicht. Eine gute Unterhaltung. Schalten Sie einmal ein. Das geht. Ich hätte schon reingekommen. Klar. Am Anfang tut man sich ein bisschen schwer. Er hat ein bisschen Lampenfieber. Und wenn er das überwunden hat, dann geht es schon. So, Ernstl. Ich meine, nicht nur über das Radio Weißer Adler und so, ob sie es kennen oder ob sie Internet haben, sondern frag sie einmal, mit was ich mich, wenn du jetzt auf Sendung gehst, mit was du dich verabschieden sollst. Mit einem Knutscherl, ja, mit einem Schmatzer oder mit einem Pussel oder mit einem Schleckserl. Ich meine, ich freue mich auf ein Abschiedsding. Mit einem Schleckserl oder Pussel, die gibt man vielleicht aber auch schon. Mit einem Schleckserl. Ernstl macht es sich besonders schwer. Er spricht nicht nur Fußgänger an, er hält auch Autos auf, um seine Übungsfragen zu stellen. Und auch Radfahrer. Die Sendung ist raus, die Verabschiedung. Und wie willst du das machen? Ein Pussel, ein Knutscherl? Mit der Hand. Mit der Hand, ich kann nicht die Hand geben. Wieso? Ich bin ja zuhause, ich tue zuhause moderieren. Ach so. Knutscherlpuss. Ein Knutscherlpuss. Habe ich auch noch nicht gehört. Pussi. Ein Pussi? Ich danke dir vielmals, gell? Ja, jetzt habe ich gesehen, er redet mit den Leuten so, wie sie sich gehört. Er hat die Hemmschwelle überwunden. Ja, ich habe gewusst, du bist auf Zack. Ja, auf Zack. Ich meine, jetzt habe ich wenigstens das Bauchgefühl weg. Ja, sicher. Und das ist viel wert. Und ich meine, ich hoffe halt, dass ich dich zufriedenstellend drinnen bin. Ich brauchst nicht zufrieden, ich höre auch. Nein, nein, du bist ja der Chef. Du bist ja der Chef. Du musst entscheiden, so oder so. Ich glaube, jetzt passt es. Jetzt kann er auf Sendung gehen.